Was war das da draußen? Verdammt, ihr seid eine Mannschaft, ein Team. Das ist euer Moment, euer letztes Spiel. Die letzten 16 Minuten, an die ihr euch euer gesamtes restliches Leben erinnern werdet. Die letzten 16 Minuten, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Deswegen geht ihr da jetzt raus und zeigt ihnen, was ihr drauf habt. Ihr holt euch diesen Pokal, weil ihr's könnt. Ihr werdet euren Gegner zermalmen. Ihn in kleinste Einzelteile zerstückeln und ihre Reste wie eine Horde Karnevale zum Nachtisch verfrüscht.